So, wir schauen uns heute München an, mit ner Pepsi, verbindet ja an beiden Ufern der Isar gelegenen Bezirke von Bayerns Hauptstadt. Kein Riesenfan von Bayern, München war okay, als ich da war, ne, wir müssen ja auch ehrlich sein. Was ist das denn für ein Scheiß? Wir machen das so, wir fahren hier einfach den, den Isar entlang, die Isar? Den oder die Isar? Weiß ich grad gar nicht. Dann brauchen wir nur eine Brücke, anstatt irgendwie jetzt zwei so zu verwenden. Ist doch, ist doch Schwachsinn. So, so ist das doch viel besser. Wusstet ihr übrigens, dass Filme um 20.15 Uhr im Fernsehen starten, weil da die Tagesschau vorher läuft und die Tagesschau quasi die höchsten Einsteigquoten in ganz Deutschland hat und die um 20.15 Uhr endet? I mean, ich wusste das nicht. Bis ich, bis ich, äh, mich eben gefragt hab, was soll das denn? Und einfach mal gegoogelt hab, warum das denn so ist. Das ist doch auch hier scheiße, ey. Was soll das denn? Warum, warum macht der sowas? Naja. Ne, so ein bisschen random wissen hier, äh, wie, äh, äh, so. Stimmt, ich kenne nur, da steht sogar der Schlussname, Isar. Ach, ich bin so dumm. Ich hab mir auch mal so'n, na, wie heißt das? So'n Y-Food-Ding mitgenommen. Y-Food. Äh, Y-Essen. Und zwar gab's das im Angebot. Und da dachte ich mir mal, probierst du's aus? Und jetzt ist es ja so, dass man öfter mal bei YouTube davon Werbung hat. Ich versuch mal, einen Kreisverkehr irgendwie einzubauen. Und zwar, eine dieser Werbung ist, jetzt so'n bisschen, ne, gedanklich nachgesprochen, keine Zeit für Pause auf Arbeit, dann gönn dir Y-Food. So. Was ist nicht ver- Fuck off. Ähm, da komm ich grad nicht lang, ne? Das schaffst du schon. Äh, ich will, ich will ultimativ eigentlich hier unten anschließen erst mal. Ähm. Was ich ja jetzt erst mal, kann man machen. So, aber dann frag ich mich, in welcher Welt ist es okay zu normalisieren, dass Leute keine Pause auf Arbeit machen? Leute. Für alle, die das nicht wissen. Und ich hoffe, wenn ihr arbeitet, wisst ihr das. Oder wenn ihr in die Lehre geht oder whatever. Nach sechs Stunden Arbeit, steht eine halbe Stunde Pause zu. 45 Minuten, wenn ihr minderjährig seid. So, jetzt können wir hier unten noch rum- Ah, shit. Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet... Das bedeutet... Dass wir das so nicht machen. Das bedeutet... Dass wenn ihr wisst... Dass ihr mehr als... Acht... Äh, sechs Stunden arbeitet den Tag... Dass ihr... Durchaus ne Pause machen könnt. Oder solltet sogar. Ne? Ohne, dass die sechs Stunden schon rum sind. Dann kann man die natürlich auch vorher machen. So. Aber dann kommt dann so ein Waifu in die Ecke und sagt sich... Ja, weil du kannst ja Zeit für Pause hast. Dann trinken einfach so ein Ding und skipp halt deine halbe Stunde, die dir gesetzlich zugeschrieben ist. So, nein. What the fuck? Ähm... Allerdings... Muss ich auch sagen... Haben die ja recht... Allerdings haben die auch recht, dass in diesem Scheiß-Drink... Wirklich ne Mahlzeit drinsteckt. Da ist 25% von einem drin. Von deinen täglich gedingselten Kalorien. Fett, Salz, Zucker, Vitamin, Protein. Whatever. Also wenn du das Ding trinkst zum Frühstück, hast du praktisch dein Frühstück schon hinter dir. Wenn du das zum Frühstück trinkst und auch ein Brot oder so isst, hast du praktisch mehr als eine Mahlzeit. Das, was bei mir allerdings jetzt der Fall war, das hat mich jetzt nicht krass satt gemacht. Zumindest nicht gefühlt. Deswegen muss man gucken. Für den Preis... Ich weiß nicht. Ist vielleicht nicht verkehrt, das einfach mal dabei zu haben. Kann ich hier am Böden reinsetzen? Nee. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, das im Kühlschrank zu haben. Wie so eine Dose Ravioli auch. Aber auf lange Sicht ist wirklich regelmäßig zu nutzen. Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich wirklich nicht. Ob ich da ein Fan von bin. Nee, aber das einfach mal so am Rande. Das ist okay, wenn du aber nach da oben gehst, wäre mir das lieber. Ne, noch sieht... Also, das müssen wir definitiv umbauen. Warum machen wir das nicht auch jetzt? Wir können hier alles erstmal so verbinden. Hier ist ja kein riesen Traffic hin. Ne, wir brauchen erstmal... Ich will erstmal meinen Kreisverkehr wieder haben. Ja. Ja, bieb, bieb, bieb. Das ist doof. Das ist actually doof. Ich habe keine Brücken. Aber ich habe meinen Kreisverkehr wieder. Das heißt... Kommt ihr ganz kurz rund zurück? Damit ich meine Brücke wieder habe? Ah, das dauert alles zu lang. Das war vielleicht eine sehr dumme Idee. Aber hey. So, und jetzt habe ich meine Brücke wieder. So, pass auf. Wir gehen hier straight rüber. Und machen hier den Mixer. Das heißt... Wir können hier rein. Wir können... Hier vor allem vorbei. Ja, wenn der da jetzt angeschlossen ist, ist es scheißegal. Wir können hier vorbei. Wir können... ...den mit anschließen. Pass auf. Und dann machen wir hier... Machen wir einfach eine Kackkreuzung jetzt rein. Okay? Ich habe gesagt, Kreuzungen sind nicht gut. Aber für den Moment haben wir nichts besseres. Und wir haben eine Ampelsteuerung... Steu... 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 Steuerung, mit der wir das halbwegs sinnvoll machen können. Jetzt fahren wir hier runter. Hier hoch. Das heißt, der hat im Zweifel noch einen Weg irgendwo hin. So, und jetzt müssen wir hoffen, dass die Autos hier alle rausfahren. Macht das Sinn, wenn ich hier eine Ampel hinbaue? Vielleicht. Autobahn. Autobahn ist fucking OP. Denn wir machen folgendes. Was machen wir eigentlich? Wir haben eine Autobahn. Wir haben eine Aude-Bahn. So, der hier ist gestrandet. Das nehmen wir jetzt einfach mal hin. So, wir haben hier und hier... ...pink. Ich würde das hier gerne auflösen. So, und dass schwarz nirgendwo anders ist. Will ich das auch gerne so weiter behalten. Und schwarz mit einer Autobahn. Hier anbinden. Ne? So, und die... Die Kreuzung hier, die kann ja durchaus bleiben. Oh. Ne? Auch verbinden. So, dann haben wir aber den Vorteil... ...dass jetzt schon mal nicht so viel Schwachsinn passiert. Ne? Wir haben schwarz komplett aus der Equation hier genommen. So, ich hab das Gefühl, ihr solltet mal mitarbeiten. Weil die kommen da einfach nicht schnell genug an. So. Das... ...nehme ich mit. Nehme ich komplett mit. So. Schwarz ist abgedingstet. Der hier... Ja, dem geht's auch okay. Nicht perfekt, aber... Mal gucken, was wir dagegen unternehmen können. Demnächst. Hier spawnen jetzt einfach wieder drei Millionen... Uh, das... Das auf keinen Fall. Drei Millionen Sachen. So. Ja, wir brauchen... Also, ich brauche jetzt... ...definitiv eine Brücke. Ups. Ziehen wir unten lang, ne? Ja, komm. Ist das ein besserer Turn? Sind die schneller, wenn die nur so fahren? Anstatt so einen weirden... ...weirden Angle? I don't know. So, hier hat sich das tatsächlich auch wieder beruhigt. Das hier gefällt mir noch nicht. Die Pinken fahren hier hin. Haben die einen Grund weiterzufahren? Ja. Potenziell. Potenziell... ...reichen aber auch... Der und der für ein Ding. So, dann haben wir nicht hier den Kreisverkehr noch von dem irgendwie da mitten zwischen. Wisst ihr, was ich meine? Ey, es ist aber auch göttlich, was hier gerade passiert. Jetzt ungeil da gerade so, aber hey. So, weil dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich den hier noch mit einbinde. Weil ich weiß, hier ist minimal Verkehr. So, dem behalte ich mir mal auf. Weiß nicht, ob ich was mit dem machen will. So, die fahren alle nicht. Achso, weil hier noch Autos auf dem Weg sind schon. Gut. Nur so. Das könnte funktionieren. Obwohl... Ja, es braucht immer ein bisschen dahin, ne? Ich... Ich nehme ihn einfach mit. So, im Zweifel haben wir ihn. So, weil dann will ich lieber auch nur mal sicher gehen. Und das alles haben. Hier kann ruhig genug mehr spawnen für das Ding da unten. Die brauchen zwar recht lange, dass sie da hinten sind, ne? Aber... Hey. Was soll's. Eine Autobahn. Was kann ich mit einer Autobahn anstellen? Ich könnte mit einer Autobahn eine Brücke eliminieren. Will ich das? Will ich, dass dieses Haus da hinten hinkommt. Hier habe ich gar nicht so das große Problem aktuell. Wir bewahren uns die mal auf. Für den Fall, dass wir die wirklich brauchen, die Autobahn. So, weil das ist ja... ...aktuell alles fein hier. Und jetzt ist etwas passiert. Was ist irrelevantes? Weil wir haben hier drei Häuser für ein Ding. ...aktuell alles fein hier. Ähm. 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 So. So. Hups. Minimal knapp. Na okay. Jetzt ist der eh dran. So. Kann ich ihn hier... ...wieder einbinden. Wieder eingliedern. In die... ...Kolonne. Stadtkolonne da unten. Er ist auch scheißiger. Er ist eh... ...mehr als genug. Na gut. Mit dem kann ich grad nichts anfangen. Das Mittelding hier... Macht der hier überhaupt Sinn? Der wird hier noch viel mehr Sinn machen. Obwohl auch nicht, ne? Der wird hier auch nicht Sinn machen. Weil hier gar nicht so viel Verkehr ist. Da reichen die Ampeln. Bleib mal da. Die sind gestrandet. Ich muss auf Brücken gehen glaube ich gleich mal. Damit ich mit dem irgendwas machen kann. Oder mehr Straßen. Ich habe noch eine Autobahn in petto. Deswegen nehme ich erstmal random viele Straßen. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Das ist aber okay. Weil... Wir können hier... ...eine easy Abzweigung... ...da rein machen. Warum denn nicht? Das heißt... ...die hier sollten mit Priorität da hoch fahren. Können aber jederzeit... ...hier noch... ...supporten. Und wir müssen hier keine... ...keine Ampeln oder sonst was haben. Alles fein. Ja, ich habe viel Pink, was irgendwo rumliegt. Aber... ...die drei scheinen das Kino oder was auch immer das hier ist. Ein großer Einkaufsladen... ...recht gut im Griff zu haben. Jetzt bekommen wir vielleicht Probleme. Ich kann im Zweifel mit der Autobahn rüber. Aber... ...so ist es nicht, ne? Aber das Game ist nicht genug... ...und hat hier genug Support drin. Das ist nicht geil. Ach nee, der fährt zurück. Brügge. Falls wir die nochmal brauchen sollten... ...dich nehme ich gerne mit. Für unser Kino hier unten. Ja. Jetzt passiert nämlich das, was ich dachte, was passiert. Oder was ich eben schon vorhatte. Wir bahnen uns den Weg... ...haha, mit einer Autobahn. Da hoch. Oder da runter, meine ich. Ach komm, geh hier rein. Obwohl, die Triple-Dinger sind nicht effizient, ne? Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, ob es effizient ist oder nicht. So, wollen wir hier eine Ampel. Wir lassen die Ampel da mal raus ins Spiel. Komm, hier mit in die Mitte. Du kannst ruhig noch nach rechts. So, weil hier links ist ja noch einer. Da sind zwei. Das sollte klar gehen. Was macht der Blaue eigentlich hier? Was sollte eigentlich... Ja gut, woanders kann er auch nicht wirklich hin, ne? Hier ist kein großer Traffic auf der... Das können wir machen. Ich habe ein bisschen Sorge hier. Mit dem Gelben. Bin ich ehrlich. Ja, das Ding ist hier natürlich komplett fehl am Platz. Das will er eben hier. Ich zweifle mir ab. Jetzt habe ich drei Brücken. Naja. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Wenn ich hier straight rangehe, das hier mit einer Ampel ausrüste, den hier rausnehme... Ja. Alles über den laufen lasse. So. Alles über den laufen lasse. Ach komm! Hab mal ein bisschen Geduld mit mir. Ne, warte, die kann ich mit hier reinschleusen. Aber das will ich ja gar nicht, das will ich ja gar nicht. Den direkten Weg hierhin finde ich schon gut. So, hier habe ich gar keinen Pink dann reingemischt. Ich kann aber... Der Pinkfluss hierhin zu erhöhen bringt aber nichts, weil die sind eh aufgebraucht. So. Was jetzt das Ding ist? Der hier bringt gar nichts. Der kommt da gar nicht hin. So, die hier. Pass mal ob. So. Die hier, ja. Die werden doch viel besser aufgehoben. Wenn ich die hier durchschleife. Ja. So. Weil dann kommen die auch irgendwo mal an. Und hier ist nicht sonderlich viel Traffic. Das heißt, wenn ich hier rausgehe. Um hier ranzugehen. Rein hypothetisch. Kann ich die mit rein verbinden. Rein hypothetisch. Ja. Rein hypothetisch. Die mit in den Mixer jagen. Ja. Wann mache ich mit denen hier? Kriege ich die hier rein? Ne. Gucken wir mal, ob das irgendwie schon mal Abhilfe schafft. Weil ich habe jetzt mehr auf die Lane hier gelegt. Natürlich. Ja. Aber. Warum fahrt ihr da nicht hin? Ist da irgendwo ein Loch? Wollt ihr da nicht hinfahren? Oder müsst ihr da einfach nicht hinfahren? Die blauen hier sind einfach ein Mess. Das ist halt so. Das passiert einfach mal. Komm. So viele blaue brauchen wir nur auch wieder nicht. Juckt ihn nicht. Er spawnt weiter blaue. Okay. Passt. 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 Jetzt ist der noch geupgradet. Das war okay. Das ist nicht okay. Ich habe hier einen schwarzen. Einen. Der wird wohl erstmal ausreichen. Aber ich brauche eigentlich mehr. Ich brauche eigentlich mehr. Ich kriege auch gleich wieder neue Karten. Ja. Siehst du. Da haben wir ihn doch. Kann ich ja auch so sneaky direkt durchführen. Nice. Autobahn. 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 So. Ich muss nochmal gucken. Wie viele Autos sind hier unterwegs? Du weißt, wie viele Autos sind noch vorhanden. Das passt eigentlich. Das passt auch. Wir behalten unsere Autobahn erstmal für uns. Gucken gleich mal, wo wir nachjustieren müssen. Möglicherweise bei schwarz. Das ist. Das ist. Das ist eine easy Entscheidung, weil ich will nicht noch mehr darauf legen. Nicht, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Das ist ein bisschen. Hier machen die die ganze Zeit irgendwelche random Pausen. Wie sieht das hier in der Mitte aus? Das geht eigentlich. Hier habe ich gedacht, vielleicht noch eine. Aber scheint nicht unbedingt nötig zu sein. Was in der Hölle? Ich meine, die haben einen kurzen Weg dahin, aber ich... Wenn es hart auf hart kommt, kann ich hier noch den Cut machen. Und ich kann die rein verbinden. Ich lass die hier aber erstmal stehen. Ja? Falls es nötig wird, hab ich da was. Ja, guck mal, den würde ich jetzt gerne außenrum... Aber ich hab nur 17 Dinger. Das wird nichts. Nice, geh bitte hier rein. Fucking hell. Das ist doch Mobbing jetzt, ja? Oh, das ist die hässlichste Straße EU-West. Aber I guess... Komm, ist auch scheißegal, wenn du jetzt auch da mitmachst. Autobahn. 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 War jetzt so schlau? I don't know. I don't know. Ja, die, 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 die hier finde ich komplett Schwachsinn. Die finde ich nicht geil. Wenn die hier irgendwie von zwei Seiten... Nee. Nee, nee, nee. Machen wir das doch so? Machen wir das doch so? Wir haben hier den... Drop auf Punkt. Sag mal, was ist denn hier los mit mir? Nee, nicht so. So. Das reicht alles nicht. Ne. Dann mach es wegen meiner, bis ich mehr Sachen kriege. so. Okay. Aber die Verbindung Blau hat ja eine Verbindung dahin. Aber die Verbindung kommt von hier. Für da hinten. So, weil dann kann ich ein Haus abzweigen, zwei Häuser abzweigen und das erstmal in Ruhe lassen. Habe ich damit erstmal nichts zu tun? So, das hier ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Das ist... Okay. Wir haben hier viel Blau. Müssen da halt aber auch nur mal hinkommen. Das hier wird langsam zu einem Problem. Der wird langsam zu einem Problem. Ich kann die mehr Gelb einschleusen, aber die fahren ja nicht los. Oh, die haben anscheinend keinen Bock dazu. Hier ist einfach schon wieder Blau, der einfach in der falschen, komplett falschen Ecke gespawnt ist. Wie kriege ich mehr Gelb dahin? Wie kriege ich mehr Gelb dahin? Hier geht's straight. Das ist doch Schwachsinn. Wenn ihr da noch eine Ecke fahren müsst. Ja, da unten... I know, das ist ein Problem, aber ich kann da gerade nichts gegen machen. Warum fahren die da hier nicht hin? Komm, hier einer. Ihr kriegt eine fucking Privatverbindung. Von da oben, okay? Dann können die sich mehr darum kümmern. Wir müssen unseren Emergency-Plan aktivieren. Wir brauchen hier hinten mehr Shit. Guck mal, wie sie Laus fahren. Avengers Assemble. Wo fahren die hin? Was haben die gemacht? Die sind von hier? Die sind... Die sind... Reichen zwei nicht aus? Wer sagt das doch? Können wir doch nachhelfen. Okay, denen geht's wieder gut. Den geht's absolut nicht gut. Hallo? Park doch schneller! Park doch schneller, Mann! Da kommen aber auch null an! Wo sind die denn? Wo sind meine blauen? Nicht meine blauen. Also ja, wo sind meine blauen? Aber auch... Hier sind meine blauen. Ähm... Aber auch wo sind die hier? Hier, du kommst mit dahin. Ich kann nicht unendlich viel abzweigen, aber... Ein bisschen was. So, und... Hier den Scheiß, den will ich auch eigentlich gar nicht mehr sehen. Der ist doch Schwachsinn. Was ist denn mit dem Parfining gewesen? War das besser als vorher? Ihn endlos fortfahren. Ja, ja, ja. Würde sich das selbe... Ach, du Kacke. Das hier ist ein potenzielles Problem, weil ich alles natürlich rüberschicken musste. Ja, und die fahren jetzt da oben hin. Das ist doch Schwachsinn. Die sollen nur hier unten hinfahren. Hätte das einen Unterschied gemacht. Ich meine, die müssen erstmal nach Hause kommen. So, hier. Also, das ist... Das ist ein riesen Chaos. Diese Connection hier. Katastrophe. Aber die hätte ich mir ja so sparen können, ne? Ja, ist okay, dass die Upgrade-Anzeige voll ist. So, beruhigen die sich hier jetzt mal langsam? Ne, irgendwie nicht. Fahrt doch jetzt einmal nach Hause. Warum fahren die immer noch hier rein? Die versuchen, das zu erreichen. Über den Komplett-Kack-Umweg. Warum? Das ergibt ja nicht mal Sinn. Das sind die Kackgrünen, die hier extra rumschimmeln. Und den ganzen Bums aufhalten. Ich meine, das hier war auch eine dumme Idee, aber ich musste da hinten aushelfen. Aber die grünen, die hier durchfahren, um danach da unten irgendeinen Schwachsinn zu machen. I don't get it. Die denken sich halt, ja, da ist ein Weg, aber... Hätte ich die hier hingesetzt, hätte das... Wäre das schlauer gewesen. Ne, wahrscheinlich wäre das hier schlauer gewesen. Und die Verbindung hierhin abkarten. Damit die gar keinen Grund haben, die grünen da langzufahren. So, weil die zwei machen das. Mehr oder weniger. Ja, gut. Ist jetzt überall knapp geworden, aber... Wenn ich das mal so ein bisschen laufen lasse... Ja, die fahren jetzt alle einmal ihren Weg ab. Ist okay. Guck mal, guck mal. Das löst sich hier unten doch schon wieder auf. Das ist doch schon viel besser. Ja, das wäre so viel besser gewesen. Hätte ich das so rum gemacht. Ich hätte nicht viel länger durchgehalten, aber... Hier haben wir einen halbwegs ordentlichen Durchsatz. Ja. Aber das ist auch nicht gut. Ich hätte... Ich hätte das hier brücken müssen. Mit einer... Mit einer Autobahn. Aber hey. Nachtmodus. Uh, hässlich. Nein, gibt's nicht. Hauptmenü. Aber das reicht ja. Was haben wir bei Moskotton gemacht? Auch nicht viel mehr, ne? Ah, doch. Das war doch... Äh, doch deutlich besser. Zürich. Uh, Berge. Mögen wir Berge? Weiß ich nicht. Was gibt's denn hier noch? Warschau. Lissabon. Naja, schauen wir mal beim nächsten Mal. Ups. Wieder rein, wenn's heißt. Äh, Mini Motorway. Äh, bis dann. Bye-bye.